Ja, moin, der Martin hier. Wir sind gerade in Bleckhitte, waren einkaufen. Die Jungs essen jetzt mal Frühstück. Ich habe vorhin im Camp selber gefrühstückt. Ja, gestern war ein guter Tag. Wir haben uns gleich eigentlich in einer guten Gruppe zusammengefunden, mit dem Hans und dem Rolf und dem Harjo. Und die beiden Franken waren dann noch dabei, sind aber abends dann noch weitergefahren. Und die Strecke war auch spitzes Radpferd. Also alles super bisher. Und ja, wir sind optimistisch, dass wir heute weiterkommen, weil wir heute früher gestartet sind. Ja, meld mich wieder. Bis dann. Tschö.